Iceberg Lounge, da sind wir doch wieder. Er gehört, ich hab euch was zu sagen. Wie ihr wisst, und es bricht mir wirklich das Herz, haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen. Ich weiß, ich weiß, es wird spiel, aber seht es doch mal so. Ja, der Zucker ist schon gut. Keine Sorge Junge, du kriegst dein Teil versprochen. So, hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten. Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus, der mit einer Handvoll Geld vorbeikommt. Die Abwachung mit Scarecrow gilt nur für begrenzte Zeit. Der Clown ist tot, und Batman bald auch. Dann gehört Gotham uns, und ich werde es mir nehmen. Ich will alles, wenn jemand diese Stadt nur ansieht. will ich meinen Anteil. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot! Ach ja. Sie wollten zu dem TR namens Simon's Deck. Ihnen gehört ein Pharmaunternehmen, oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an! Ach, tue ich nicht! Wirklich! Sie sagten, er verlässt Gotham bald! Diese Luftschiffe über dem West River sind seine! Mach die kalt! Wir schießen, Batman! Fünf! Lass ihn los! Hier! So! Oh! Das wird dir auch nicht helfen! Scarecrow wird dich brechen! Du bist erledigt, Batman! Haltet ihn fest, Jungs! Ich hab meinen Schwinger perfektioniert! Sieh zu und lernt! Wird seine Rübe direkt von den... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken! Hasse dich! Ich mach dich! Nightwing ist da! Ich würde mal sagen, mit dem dürfen wir jetzt auch kämpfen, soweit ich das mal mitbekommen hatte. Damit das Team ausschalten! Ja gut, wir hatten schon hier Punkte! So, jetzt sind wir Nightwing. Natürlich kämpfe ich jetzt mit dem hier, ne? Wenn wir uns jetzt schon mit ihm mal kämpfen können. So, Charakter wechseln will ich nicht. Bam! Ich liebe das! Mit dem doppelten Team ausschalten. Das ist so mega geil! Das haben wir ja schon mit Catwoman gemacht. Und natürlich arbeite ich jetzt mit ihm hier. Was hat er eigentlich immer? Bad Claw? Stromladungsschlag? Okay. Okay. Ah, so macht er jetzt sowas aufm Boden. Okay. Gut. Mehr hat er nicht. Mehr hat er nicht. Ne, ich glaub nicht. Mehr hat er glaub ich nicht. So, okay. Nightwing braun hier so viel. Na komm! Achso, ich wechsle immer die Tasten. Achso, ich wollte eigentlich doppelt das Team ausschalten. Sollte ich vielleicht nochmal hauen? Sollte ich vielleicht nochmal hauen? Hey Freundchen! Das wird wehtun! Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Störe das Waffendepot des Pinguins. Redet er nicht mit mir? Redest du nicht mit mir? Tim? Tim! So ein Arsch. Kein Objekt geortet. Ist hier eigentlich was drinne? Äh, laut dem Riddler nicht so, ne. Mann, das schöne viele Geld. Wie mach ich denn das jetzt hier kaputt eigentlich? Ist auch gar ne Idee. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht auch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Okay, Kühllaster müssen wir jetzt auch bei... ...den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Hahahaha. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. So, explodieren wir das jetzt mal, glaube ich. Ich sollte aber da weggehen, oder? Der Joker, wie er sich freut. So, ich glaube, es macht gleich Bumm, Joker. Du solltest ein bisschen in Sicherheit gehen. Ich möchte nicht, dass dir was passiert. Also meine Einbildung. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Was? Drück ab und du tötest uns beide! Drück ab und du erwischst uns beide! Normalerweise würde ich gutes Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Hä? Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon! Sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Mache ich! Alfred helfen? Kein Problem! Hahahaha. Da ist er ja wieder. Ha! Mit dem würde ich nicht tauschen! Hahaha! Ach klasse, ey! Das finde ich super! So, warte, das macht gleich Bumm, Joker! Und drei, zwei, eins... Ich muss weit genug entfernt sein, bevor ich sie zünde. Okay. Ich glaube, dann können wir uns zu Nightwing stellen, weil sonst explodiert der nämlich mit. Warte, warte, Joker! So, drei, zwei, eins... Ah, super! Zwei Punkte kriegen wir und, äh, Waffenschieber, zum Ansehen in der Mission FV drücken. Äh, 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 schauen wir mal. Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Waffenschieber? Wo ist die Mission denn? Waffenschieber, was? Wo ist denn... Hm, nein, perfekte Verbrechen, Abrüstungskampagne, Eroberung von Gotham, Riddler's Rache, Waffenschieber. Achso, ja, gut, da haben wir aber eh nicht von mir. Keine Sorge, Bruce. Ich helfe dir, Cobblepot zu finden. Konzentrier du dich auf Bob. Tim muss durchdrehen vor Sorge. Und Gordon auch. Ach, das ist ja gar nicht Tim. Tim ist ja der andere. Das ist, äh, das ist... Ich verwechsel die Scheiße. Tim war nicht allzu erfreut, dass seine Tochter für einen maskierten Verbrechensbekämpfer arbeitet. Es ist seine Tochter, Bruce. Du musst ihn verstehen. Na, was sagt man dazu? Das alte Team ist wieder vereint. Wieder vereint. So, ab und wo vereint. Ich glaube, wir können jetzt hier hoch dann direkt, ne? Ah ja, okay, supi. Dann können wir jetzt hier wieder raus. Ich finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. So. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh, warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ich schaff das schon. Obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingeworfen. Alles weg! Feuer frei! Schießt alles nieder! Lass! Der Joker, was macht er denn da? Ach komm! Kannst du nicht schon wieder tot sein? Was hat denn Spaß? Ach, es ist wirklich so super, dass der Joker jetzt gerade so aktuell noch dabei ist. Der ist einfach witziger als in allen anderen Teilen. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht. Glaube schon. Find's raus! Find die Leiche! Nein! Du gehst! Du wirst sie doch getroffen haben! Oh, war mein Fehler. Das warst bestimmt du. Du bist immerhin der Schafschwitze. Ich, ich bin eher der Nahkämpfer. Seit wann? Seit gerade eben. Also, warten wir einfach. Warten, was passiert. Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. So, wir haben natürlich sofort ans Bettmobil gedacht. Deshalb steuern wir das jetzt auch gerade wieder per Fernsteuerung. So, wie so ein, äh, kleines, äh, Auto, das man als Kind immer so hatte. So. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Gut. Joker? Was sagst du dazu? Habe ich gut gemacht, gell? Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Ja, du persönlich. Ja, schon. Ja, das ist mir klar. Aber ich doch jetzt nicht. Ich bin noch... Ich bin Batman. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Ich bin unterwegs zu Stagg's Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Saunders Island mit Langstrecken, Nadar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Bettmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleibe auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Viel Erfolg, Sir. Wohlhabender Wissenschaftler, Philanthrop, Entrepreneur, ja, was auch immer das ist, und Gründer sowie Geschäftsführer von Stagg Enterprises, einem Unternehmen, das auf fortschrittliche biomedizinische Forschung spezialisiert ist. Als selbsternannter Visionär arbeitet Stagg in seinem Luftschifflabor an der Entwicklung sauberer Energie und einer revolutionären, luftgetragenen Impftechnologie. In letzter Zeit sah sich Stagg Enterprises mit Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf medizinische Versuche an Menschen konfrontiert. Simon Stagg hat diese Anschuldigungen verhebend zurückgewiesen und sein Unternehmen wurde in allen Punkten freigesprochen. Er ist ein geschickter Verhandlungsführer, äh, skrupellos und er hat einen scharfen Geschäftssinn. Ja, aber nicht so scharf wie meine Batarax. Finde einen Weg an Bord, der Luftschiffe von Stagg Enterprises zu gelangen. Der Penner hätte in Bloodhaven bleiben sollen. Wurde schon sehen, was er davon hat. Du meinst doch nicht etwa meinen Freund. Wer war das? Wer hat das gesagt? Wer will aufs Maul? So, wir gucken ja mal, wir können, äh, wir gucken mal, wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas Cooles, Interessantes sehen. Ich sehe eine Leiche. Haben wir die schon oder haben wir die noch nicht? Die Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Gut. Geht rüber, findet Stagg und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Den hatten wir schon, okay. Ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht nochmal hier auch weitermachen können. Das würde mich mal echt freuen, weil ich glaube, wir müssen einfach nur jemanden besuchen und finden, aber der ist bestimmt auf der nächsten Insel, oder? Ich denke mal, hier ist nicht mehr. Der Arkham Knight will deine Todsbatch. Doch ich versprach, du würdest ein grausameres Schicksal verteilen. Hm. Das Gagrall hat sich auch nicht so an, oder? Äh, hier waren wir schon, oder? Ja, ja, hier waren wir schon. Ich wollte auch gar nicht hier hin. Ich wollte Folgendes tun. Und zwar gibt es hier, glaube ich, noch einen Panzerwagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sir, die Panzerwagen sind nicht auf den Straßen. Die wissen, dass sie kommen. Sie werden zurückkommen. Hm, Feuerwehrmänner, wir müssen auf Founders Island noch und auf hier, auf, nee, auf Bleak Island. Auf der anderen Seite müssen wir noch zwei finden. Hier haben wir tatsächlich alle gefunden. Da würde ich gerne die Türme ausschalten, wenn das geht. Hier müssen wir noch, nee, hier, wo sind wir gerade? Auf Migani Island, oder? Sind wir gerade? Ich glaube, auf Migani Island haben wir, ja, ja, da haben wir mehr gefunden als auf unserer, auf unserer Bleak Island Karte. Da müssen wir unbedingt nochmal so ein bisschen schauen. Ähm, ich würde mal sagen, aber wir wollen ja hier irgendwie... Ach, guck mal. Da gehen wir aber mal, das machen wir mal schnell. Das lösen wir mal schnell. Und dann würde ich sagen, gehen wir halt zur Hauptsäure über und müssen halt zu Fuß dahin. Vielleicht finden wir ja zwischendurch auch noch so eine Leiche oder wir machen noch ein Wachtturmblatt oder sowas. Ich will nur mal ganz kurz das Rätsel sehen. Oh, warte. So, Freunde. Na, kurz mal anhalten. Ja, ach, das ist mir... Ach, das tut mir jetzt aber leid. So, hallo? Ich möchte... Äh, Entschuldigung, ich möchte gerne... Ich möchte gerne verhören. Warte. Hm, ich weiß, dass es Batman ist. Ich schaue jeden Morgen in den Spiegel und dann denke ich mir auch immer, Es ist Batman. Ach, was wollt ihr denn jetzt wieder hier? Ich will jemanden verhören. Ich hab dafür eigentlich jetzt gar keine Zeit. Nein, Moment, du... Warte, du mal. Ja, da kommen aber auch wieder viele zusammen. Nö, du wirst leid, Fledermauk. Nö, du wirst leid. Redel. Ach, nicht mit dir. Falsche Antwort. Ich hab's mir anders überlegt. Sehr gute Idee. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung von dir. So, haben wir denn jetzt hier... Ah, ein zerstörbares Objekt haben wir bekommen. Da ist noch... Uh, der hat uns... Uh, der hat uns aber viel gesagt. Warte mal, dann möchte ich gerne... Machen wir jetzt mal hier die Riddler drauf her. Wo ist die? Da ist eigentlich... Vielen Dank.